Fünf Dinge, die ich als 26-jährige Millionärin nicht mehr selbst mache. Erstens, ich suche meine Outfits nicht selbst aus. Ich habe eine Stylistin, die alles für mich ordert und jede Woche einen Plan für mich fertig macht, was ich wann anziehe. Zweitens, ich mache zu Hause rein gar nichts. Ich habe eine Vollzeit-Hauskeeperin. Sie kocht, putzt, kümmert sich um mein Auto und macht die Einkäufe. Drittens, ich mache mein Make-up und meine Haare nicht selbst. Ich habe ein Team, das jeden Morgen zu mir kommt, wenn ich aufstehe und mich für den Tag fertig macht. Viertens, ich plane meine Urlaube nicht selbst. Ich habe eine Reiseassistentin, die alles für mich bucht. Hotels, Flüge und Fahrten zum Flughafen. Fünftens, ich organisiere meinen Zeitplan nicht selbst. Dafür habe ich meine Assistentin.